ja dann geht es heute weiter New York ist befreit von zombies und wir gucken mal was jetzt erwartet so ich glaube nicht dass es befreit ist ja befreit her so kurz die Waffen nehmen mal wunderbar ja bleibt dabei Tor kommt auch schon. Hm? Ne, ich rede gerade mit meiner Katze. Ist die Tor? Ja. Meine Katzen heißen, also die zwei kleinen, die jetzt zurückgekommen sind, Loki und Tor. Weil Tor ist halt eine rote Katze, also so rot-weiß. Sieht ein bisschen blond aus. Und Loki ist halt der Schwarze. Ja, solange du keinen Thanos zu Hause hast, passt ja alles. Ne, ich habe keine Dealer-Katze. Meine andere Katze heißt Anakin. Okay. Und die andere, größere, heißt Finn wegen dem Stormtrooper FM. Ah, ich tat schon Darth Vader. Ne. Ich finde, das sind wenigstens noch halbwegs vernünftige Namen für Katzen. Wenn sich auch darüber streiten lässt, geschmeckt er sich ja bekanntlich verschieden. und das Fahrzeug, oder sie werden ausgelöst und heißen. Wir sind auf dem 9. Zirkel der Hölle gekommen. Bitte, gattere deine Beziehungen. Danke für die Reise, Stevie. Wir schütteln, schütteln oder schütteln? Oder schütteln, schütteln oder schütteln? Oder schütteln, schütteln oder schütteln? Der Gehreise ist dir besser. Schütteln mit deinen Trennen, Nutcase. Jo, weiter geht die Reise. So, wieder ein kleiner Tipp am Rande. Jetzt nicht auf den Zombie schießen. Beobachte das Ganze einfach mal. Okay. Ja, wirst du, wenn die auch hören könnte. Der Randy wird mir noch gar nicht angezählt. Hier draußen jetzt? Genau, nicht schießen. Beobachte das. Okay. Wenn ihr vorgeht, im gedummten Zustand. Und dann höchstens einzelne mit der schallgedämpften Pistole. Okay. 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 Und dann legt sich das Depot. Oh. Sportcarabine eigentlich? Sportcarabine war aus dem Stubcarabine, hast du gesagt, ne? Habe ich ja schon fertig. Der Randy muss mal wieder reinkommen. Kommt mal bitte rein. Der Randy muss auch reinkommen. Dann sonst geht's nicht weiter. Ja. Ja, was leuchtet denn da? Okay, das ist ein Pfeil. Okay. Also Sportcarabine. Okay. Ich hoffe. Ich glaube, das ist ein Pfeil bei der Pfeil. Ich hab da auch viel gebraucht. Ich bin der Pfeil. Das ist ein Pfeil. Das ist ein Pfeil. Das ist ein Pfeil. Das ist ein Pfeil. Ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier! Ähm, übrigens, du hast doch die Elektroschockwaffe, ne? Damit kannst du einen Bullen schocken, wenn du auf den Zielst und dann deine Fähigkeit einsetzt mit L1. Und dann ist er geschockt und kann sich nicht mehr bewegen. Ah, okay. Du setzt ihn für eine bestimmte Zeit außer Kraft. Und, äh, wichtig ist, dass ihr eure Klassen auch immer levelt. Ja. Ähm, hier hinten müsste eigentlich nur eine Sprengmatte sein. Warte. Ich zeig dir dann gleich, was du hier springen kannst. Die hat sich mitgenommen, ne? Wir wussten die. Unsere süße Asiatin hat sie mitgenommen, mit dem Teddybärm im Rucksack. Ja. Jetzt wollen wir mal auffüllen. Ach, so, wie du ausbrechenst. Buller? Meinst du so? Der war jetzt geschockt. Da, das ist in der... Hier ist nochmal eine PDW. Du kannst den Container hier zu meiner Linken aussprengen. Ich? Ja, du hast die Sprengbatte mitgenommen. Wo denn? Einfach da hier. Genau. Kann ich nicht? Ja? Nein, guck mal hier vorne. Hier vorne ist die Tür. Ah, ok. Bitte noch nicht den Schalter drücken lassen. Bitte erstmal die Verteidigung aufbauen. Ich hab nicht gedrückt. Ich hab nicht. Nee, ich mein jetzt noch. Ist auch noch nicht gedrückt worden. Aber... Hier oben ist eine Verteidigungskiste. Wie ist der? Absolut. Dann schütt mal hier. Komm hier an Mama. Das ist ja... Oh jetzt wird die Wand... Da geht er in die Position... Alter, das geht ab. Das ist ja wie ein Black Friday, ey. Wenn ein Sonderverkauf. Alter, das geht ab. Alter, das geht ab. Alter. Dann ruhig mehr kommen. Hilfe! Danke. 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 Das ist in der Mitte. Die ist in der Mitte. Die ist ungefähr da. Ich markiere. Ja. Ich sehe sie. Aber ich habe nichts mehr an Munition. Aber. Du bist besser. š? Ja. Ab ich habe nichts mehr anteriors. Dass du den Kannst du alles aufstehen? Was ist das? Was ist das? Es ist ich! Stopp! Kann ich bringe Gado? Aber das hat doch immer noch was. Und dann langsam zurückgehen. Ja, ich warte noch, bis unsere Asiatin soweit ist. Ich bin schon so weit, ich bin so weit, unsere Asiatin. Sag mal nicht so rassistisch, gell? Wenn ich doch gar nicht. Das sind eine Asiatin. Gute Nacht, alle gehen, zack, 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 zack. Halt da! Wie ist das? Ich bin da durch. Ich bin da durch einen Ausland. Ich bin da durch. Ich bin da durch pauch, mit der Abenteuerung. Ich bin da, wie ich es dir gedacht. Ich bin da durch die Abenteuerung. Vielen Dank.